Wir machen weiter Jiggy mit Jiggy Huso. Jiggy Huso. Komm jetzt flash mich mal. Bitte. Bitte flash mich. Bitte flash mich. So können wir nicht arbeiten. Das ist die Ruhe vorm Sturm. Jetzt geht's los. Rappt der schon? Oder ist das neues Intro? Und der rappt schon. Schau, ey, mach mal weg, mach mal weg. Jungs, Jungs, bitte, das ist Pillars erste Sendung hier. Und da geht ihr auf jeden Fall gleich mit dem Schaden raus. Ich hab grad gedacht, Weidi Gonzalez war der schlechteste. Aber wie hieß der? Das war auf Jiggy Huso.